jo willkommen zu 15 minuten schwerstarbeit gemeinsam mit julian und reggae regalito so ganz kurz noch heute haben wir wieder bestehlt ist der erste wie man da oben rechts oben sieht oben rechts oben ist schon wissen also patch das hat sich wieder was getan und zwar das ganze beginnt wieder mal in auf der dunkelküste in der dunkelküste und dort werden wir jetzt auch hinreisen ich bin gerade dort wo die questern zum abgeben ist unter mr reggae irgendwo das klingt das schlechter als es sollte du siehst sein gesicht gar nicht hinter seine füße ich sehe ja sehen von oben ich gucke von oben auf ihn herab ok jetzt ist er oben oder reggae red heute wieder viel bist du teppert der suppenschlitz einer stetig offen der suppenschlitz herrlich ja ich habe 17 stunden dienst hinter mir was hast du ich habe gestern 17 stunden dienst gehabt ich habe komplett durchgeheiert gestern ja und gestern und gestern auf heute ja und ist er gepennt danach ja und heul doch ich finde das eigentlich ganz schön so 17 stunden dienst ja vor allem jetzt der reggae macht wenn ich finde ich total schön ja und ich bin wenigstens was für die gesellschaft ja ich auch oder jeder tut das leute aus der selbst nein wenn sie nicht tun was für die wirtschaft ich zahl steuern außerdem so mein gott oh mein gott oh mein gott ach reggae stirbt oder ich bin jetzt auch da ok dann fangen wir dann es geht wieder los darum dieser quest hat die muss man abgeben und so wie julia du auch nämlich ja habe ich sehen hat schon irgendwie angefangen die große spaß ok und da werden wir angriffen werden das eigentlich champion der spiel der spieler der kennt die story dazu warum greifen die an also teppert sind naja weil die die horde will ja hier die allianz angreifen weil sie gemeinsam mit den ärzten und auch so aus und wenn es mir gerne helfen wenn sie nicht ich organisiere was kann ich machen ja er muss erst mal drei quest vornehmen ich glaube ich habe zwei angenommen völlig fast grüßt so ich habe schon etwas geohnt bei der brücke ist noch jemand okay wunderbar was ist das sind drei quest glaubt er das jetzt einfach mal gut ich glaube dann auch ich kann nicht den auch teilen oder so es kann sein dass es der baum ist eingefroren er bewegt sich leichter und kalt und kann natürlich sein obwohl das wird nicht wohnung bei der hitze ist momentan hat übrigens drei liter wasser müsste also wasser nicht unbedingt aber flüssigkeit müsst ihr euch nehmen am tag es gibt viel zu tun auch bier gilt nicht julian brauchst gar nicht zu lachen da rum rum das ist das lebens elixier das ist die ungesunde jahreszeit hier kommt kommt man strand hier ist das vieh was man tötet achso wir sind immer noch nicht die quest die dritte irgendwelche einwohner naja müssen hier noch genau die die leute retten hier die den axt fall muss ich töten rege ja ja hier haben wir schon einen unten am strand stehen den blutwunsch warte 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 immer da wird der schmuck gezogen rege jetzt gebe ich dir mal zeigt einmal dps naja vielleicht doch nicht und das für ein fettes federfeeder eine titan würde ich sagen so ich habe fertig du hast fertig und da oben noch was genau der axt war warte mox axt fall der wollte der macht wir will wie in der alter tut das zu das unterbrochen aus probleme bekommen aber schon wieder warms dann mit uns nicht niemand wird gewirbelt naja jetzt vielleicht doch keiner gewirbelt doch ist das ein paar leute hier befreien doch das ist richtig drei dorfbewohner musik noch befreien der dorfbewohner evakuieren ja ich bin weggezogen okay aber das ist jahrelang der grund ja ja jeden tag jeden tag jahrelang der beste ich weiß ja das ist mein auto tunen und hören ihn wie auch immer es heißen mag dieses älter wo man quest sehr schnell abgeben er hat noch ein hp rege alles gut ist gut gibt ja kein red von sylvanas oder sauf an glaube ich nicht weil es insensiert ist nein er schämt sich dauer fangen ist tot windläufer sind die ist nicht tot aus aufhang ist eigentlich tot du quatsch voll in die geile story daran kann helft 0 fahrion okay ich helfe dir da ich habe oder da ist nicht mull fahrion mal fahrion halt die tyrande gekommen die rande rogo es wird zu fahr ich muss das alles dann karten durch ja gut das war es da jetzt ein ruhestein aus stelle jetzt video achtung ich habe noch ganz ich mach gerade in ruhe ich kann noch stehen mit gleich kommt es also wahnsinn beistehen pssst sichert den strand bereit machen zur invasion des baums und ihr habt doch schon gewonnen im baum sind nur unschuldige das ist krieg nein das ist hass zorn windläufer ihr wart eine verteidigerin verteidigerin eures volkes erinnert ihr euch nicht ich erinnere mich an eine nerren stein es ist das und ihr ihr es Ah! Leben ist Schmerz. Hoffnung stirbt. Jetzt. Versteht ihr? Oh, weint nicht. Ihr werdet bald bei eurem Leben sein. Ich weine um euch. Ihr habt euch das Leben zum Feind gemacht. Und diesen Krieg gewinnt ihr nie. Ihr könnt uns töten, aber nicht die Hoffnung. Ach nein. Verbrennt ihn. Verbrennt ihn! Verbrennt ihn. Verbrennt ihn. Verbrennt ihn. Verbrennt ihn. So, weiter geht's! WTF, Alter? Ja ich mein für Nachtelfen ist so ne Trockenheitsphase mit Waldbrandgefahr doppelt gefährlich ne? Ja das ist allerdings richtig, Alter, die schießen einfach den Baum ab von uns, von Damaskus an. Das ist gestört also. das macht man doch so jetzt gibt es schiefen wenn ihr schafft alle flüchtlinge zu retten hau rein 82 bis jetzt hier die ganzen leute aus der maskus rauskriegen gleich muss erst mal auf die quest abgeben oder dessen frage zeigen ja ja natürlich das meine ich das gut das ganze wirklich damaskus heißen immer den bomben hier runterfallen alles gilt für alles sehr schön wunderbar richtig und ja dann gogo zwei minuten 982 damals damaskus menschen ja das heißt natürlich danach so sie immer sieht es rechts um die sylvanas war die mal von der allianz oder einfach das wusste ich auch nicht war eine verteidigerin früher von den von den elfen und ist gegen arthas gefallen und arthas hat hat sie als banshee wiederbelebt hatte sie nicht mal einen körper und danach ist sie dann zurückgekehrt ich bin jetzt nicht auf festnagel auf meine geringen lor kenntnisse aber danach wurde sie dann halt hat sie ihren körper wieder gekriegt und hat anfangs auch dem lich king gedient bis sie sich dann bis sie ihn quasi auch verraten hat die alte das was sylvaner krabbesleid dann quasi oder was im icc oder vertrug ich mich da sie sie war sie ist man hat nie als boss gegen sie gekämpft na krass auf jeden fall die geschichte wusste ich wollte ihr müsst mal die bücher lesen die gehen richtig ab also die ganze story die sich ausgedacht haben die so was und vieler das schaffen wir doch niemals in zwei minuten die bücher zu lesen ganz sicher nicht wir haben ja nur noch eine minute und wir haben gerade mal 37 und 982 ich muss ja nebenbei noch da müssen wir das gleich von vorne anfangen wenn sie schon auf dem richt auf der richtigen auf der richtigen idee versuch mal feuer zu löschen bis jetzt habe ich die einzelnen angesprochen aber ich denke mir das reicht wenn man das feuer löschen muss die ansprechen ja dann noch mal von vorne man kann das gar nicht schaffen ja wie jetzt sterben da wo viele leute da weil die spinner da angreifen was soll der mist scheiß wurde das gibt ja das gibt so ab noch sturmwind oder wie also das wort bis sie seine gesprochen haben ein mauer getan was ihr könnt befiehlt den priestern mit uns zu kommen werden sich weigern die menschen hat mir sohn und königreich genommen sie nimmt mir nicht meine frau ja möge beschützen sei rubbelrubbel ich bin weg was müssen wir jetzt machen könig berichten genau schon sehr asozial von der rote ja das tut mir nichts es war cool dass sie dass sie für die ganzen also für jana haben sie auch habt ihr euch diesen trailer angeschaut dieses cinematic wo ähm wie hieß denn das war bringer jana das ist sehr sehenswert bekommen diese ganzen charaktere noch mehr tiefer also auch für die die bücher nicht die die bücher nicht gelesen haben bekommen die charaktere viel mehr tiefe und versteht vielmehr was die umtreibt wie zum beispiel diesel war das weil ich ja jetzt merke wusste ich noch nicht mal dass die früher mal eine nachthilfe war und naja ich habe ja eigentlich auch an oder dass das sie ja okay ich habe gerade eine belohnung bekommen zügel sie beriefen von teltrasil und eis und alles reite das schauen wir uns gleich an klimane zügel als wirklichkeit werden naja könig hier muss man das fliege anschauen ja ich bin eh schon drauf und die schreckens herrscher auf die dauer sage ich bloß das geräusch im höhe begrüfen geht es ein bisschen auf die nerven nach der zeit ich habe ja schon zwei begrüfen und daher wenn nicht gut gut dass ich als druide jetzt hier hinten dran auch feile im küche ab zwei köcher mit feilen habe ich sehr gut sagen jetzt ab was das jetzt schon oder wie ja ok gas ja der baum brennt die horde renns beim nächsten mal nämlich an ein teil gibt es noch vorm neuen addon richtig bevor es so richtig losgeht mit leveln etc etc das kommt dann nächste woche mittwoch ich weiß nicht wann ich dieses video release ich nehme an es kommt am freitag also ja mal schauen wie es dann weiter geht ich werde es versuchen immer spätestens freitag dann eben zu releasen passt euch danke fürs dabei sein und ja kein problem